Im letzten Update wurde der Klebstoffwaffe oben extrem stärker gemacht. Denn wenn der jetzt einen Ballon kaputt kriegt, dann kommen so Klecks auf den Boden, die machen auch nochmal Schaden. Und ich habe mir das gerade mal für Runde 98 zugeguckt. Ich habe mir nur Stufe 4 Affendorf und Stufe 4 Alchemist dazu gegeben. Und guckt mal bitte jetzt an, was der mit Runde 98 anstellt. Um das schon mal direkt zu sagen, er sollte eigentlich gar keine Chance gegen diese Runde haben. Im Gesamtpaket habe ich irgendwie 25.000 ausgegeben. Er sollte weniger als gar keine Chance hier gegen haben. Aber er hat jetzt schon fast alles gekillt, nur noch die Zombs fehlen. Oh, die WFBs sind kaputt, nur noch Moabs. Und die Moabs, oh, die sind auch kaputt. Der Klebstoffaffe hat quasi alleine Runde 98 zerstört.